Marc Wilmot, herzlich willkommen zurück auf Schalke. Nach über 20 Jahren bist du jetzt wieder zurück, in offizieller Funktion als Sportdirektor. Wie fühlt sich das an? Ja, wenn ich heute gefahren bin, nach Gelsenkirchen, den ganzen Weg wieder, 200 Kilometer, kurz war bei mir. Ja, das war eine Erinnerung, 20 Jahre, schon lange. Aber, okay, ich fühle mich hier zu Hause. Du hast sechs Jahre hier gelebt. Ich kenne die ganze Region. Ich habe, denke ich, vier, fünf Hause gewohnt hier. Ja, ich habe auch, das war eines der großen, das Stück war mein Leben, auch ein Erfolg. Wir hatten einen super Trupp mit den Eurofightern, mit dem Pokal. Zwei Titel, keiner hat das gedacht. Wenn ich nach Schalke gegangen bin, sagten alle, ja, was machst du da? Was machst du da? Aber wir haben schon sechs Jahre schon etwas schön geschrieben. Matthias Tillmann hat uns verraten, dass du der absolute Wunschkandidat warst, um hier Sportdirektor zu werden, um etwas zu bewegen, einen neuen, neuen Start auch zu machen. Warum hast du dich denn entschieden, diesen Job hier auf Schalke anzunehmen? Ja, erst muss ich sagen, wenn ich sehe, wo Schalke ist, das tut mir leid. Okay, dann kommen die Leute bei mir, erzählen die Projekte. Ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt, auch mit Axel und Matthias, wenn jeder steht, auf seiner Position, wo er muss stehen. Okay, und wenn du verhandelst mit einem Verein fünf Wochen, dann kommt keine Information raus. Das ist schon eine große Überraschung für mich. Das mag weniger Vereine. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl. Und das ist ein Job, ich war auch Manager. Ich baue gerade Nationalmannschaft, der Big Hole. Ich war Manager da, das will sagen, 50 Prozent Management und 50 Trainer. Aber diese Trainerposition, muss ich sagen, das kann ich jetzt sagen, die ist besser, die richtigen Leute zu holen, die richtige Mannschaft. Das ist ein total anderer Beruf, man macht auch viel Spaß. Das brennt bei mir. Das ist, warum ich nie lange überlege habe. Ich habe jetzt noch ein Angebot, um Trainer zu sehen. Ich habe gesagt, nein, das Projekt Schalke kannst du nicht nein sagen. Das hängt bei mir, dass dieser Verein ist unverlässlich für mich. Das kann ich nicht vergessen, was hier passiert. Und wo wir stehen, muss ich jetzt die richtige Entscheidung nehmen. Ich komme nicht nach Gersenkirchen, um einen Vertrag zu haben. Ich will etwas bewegen, die Spieler. Erster Punkt, das ist die Kaderplanung, die Trainer unterstützen. Und wenn ich mitgehe, dann kriege ich ein Problem mit mir. Das ist Vollgas, das ist Arbeit. Fußball ist Arbeit und Kämpfe und professionell zu sein. Wenn du das hast, musst du keine Angst mehr mehr. Fehler machen wir alle. Aber die Einstellung muss da sein, um alles zu geben für den Verein. Und wenn du das machst, dann können wir vielleicht eine schöne Zukunft bauen. Du hast gerade davon gesprochen, wie wichtig die richtige Einstellung und Mentalität ist. Sicherlich hast du mit Matthias und Axel auch darüber gesprochen, welche Art von Fußball auf Schalke gespielt werden soll. Was ist deine Perspektive, wenn du auf Schalke 04 guckst? Und welche Art von Fußball, welchen Style wir spielen sollten? Erst musst du schauen, was hast du für Qualität im Kader. Bis jetzt muss ich erst mit Karl sprechen. Er hat eine bessere Analyse als ich noch. Drei Monate mit einer Gruppe, dann weißt du jede Information, die du musst haben. Was ich gerne kenne, ich kenne Karl von Union St.Glois, ich habe immer ein 3-5-2-Spiel gespielt. Dann erst Systeme und dann muss ich die Spieler schon passen in das System mit verschiedenen Qualitäten, Schnellheit, Schnellheit, Große, alles, Standard-Situationen und so fort, richtig in die Analyse zu gehen. Und das ist eine Zusammenarbeit. Man muss gar nichts tun allein. Was braucht man, um heutzutage 2024 im Fußball erfolgreich zu sein? Was willst du auf Schalke sehen? Professionalität. Leute, die leben für seinen Beruf. Ich stehe auf morgen, ich habe nur ein Ziel. Gut zu sein. Und für das musst du ein Disziplinwandel haben. Das ist einer der schönsten Berufe, was kannst du machen. Aber ab und zu, ja, das kommen, ich muss sagen, Spiele, die nicht seriös sind. Und wir sind eine Firma mit 400 Leuten in Arbeit. Du musst genau wissen, was ist Schalke. Und wenn du das weißt, mit Respekt, dann hast du schon etwas mehr Kapitel in den Bergen. Du hast über deine Vorfreude gesprochen. Die ist auch spürbar, jetzt wieder hier zu sein, anzupacken. Wie groß ist vielleicht aber auch dein Respekt vor der Aufgabe, vor den vielen Herausforderungen, die jetzt auf dich warten? Weißt du, Druck habe ich immer gehabt in meiner ganzen Karriere. Wenn du dir einfach bist, Nein zu sagen. Aber der Verein steht nicht gut. Ich kenne die Geschäftsfußball schon lange drin. Und ich habe Lust, ob das zu machen. Ich war immer mehr als ein Spieler, mehr als das. Warum? Ich tue alles dafür. Wenn ich etwas in meinen Augen habe, wenn du investierst, das ist nur eine Frage des Respekt. Wenn ich mich hier engagiere, das ist ein großer, denke ich, Respekt, was ich muss haben für alle Leute, die mir vertrauen. Und für das muss ich Gas geben und wieder Tag und Nacht leben für Schalke 04. Du hast uns in den Vorgesprächen verraten, dass du schon länger darüber nachgedacht hast, nicht wieder als Trainer, sondern als sportlich Verantwortlicher, als Sportdirektor zu arbeiten. Wie hast du dich vorbereitet auf diesen doch kleinen Wechsel oder größeren Wechsel vom Cheftrainer, Nationaltrainer jetzt zum Sportdirektor? Das ist kein großer Wechsel für mich. Mein Job war bei dem Belgischen Verband. Ich war drei Jahre Co-Trainer. Das will ich sagen, ich habe Scouting gemacht ohne Ende, Spiele analysiert, alles gemacht. Und ich habe meine Lehrschule in Köln gemacht, um Trainer zu werden. Und dann kam die Position, um Trainer zu werden. Und das ist auch People Management. Ich hatte große Spieler, wie Hazard, De Bruyne, Courtois. Aber, okay, Kabine für mich ist kein Problem. Ich habe immer in einer Kabine gelebt. Und dieses Gefühl merke ich sofort. Wenn ein Problem, kannst du alle Probleme antizipieren, musst du da sein, weißt du. Es ist einfach, um drauf zu gehen. Nein, ich weiß, was ist am Platz. Okay, wie weh das tut ab und zu. Okay, aber das ist für mich absolut kein Problem. Ich habe das gemacht in der Nationalmannschaft immer. Das ist für mich keine Veränderung. Nur, ich bin nicht mehr Trainer. Aber vielleicht ist es noch besser. Eine deiner wesentlichen Aufgaben jetzt, und das ist vielleicht der Unterschied zur Nationalmannschaft, ist das Transfergeschäft. Also die Kaderplanung, Spieler von anderen Vereinen zu uns zu holen oder eben aus der eigenen Jugend auch zu fördern. Wie gehst du diese Aufgabe an? Erst muss ich eine Analyse machen, was ich erst brauche. Mit Karl, welche Position müssen wir verstärken. Und dann muss ich die Marke suchen. Und ich habe auch André Eckermann, die ist bei mir. Die kennt die dritte Bundesliga, die zweite Bundesliga, die erste Bundesliga. Okay, aber wir müssen auch die Nachwuchs schauen. Und ich will jetzt die U19, die U17 schauen. Erst nochmal A-Kader. Aber das interessiert mich sehr viel. Wie da gearbeitet und wie der Respekt habe ich für die Trainer da. Und wir schauen, dass für die nächsten Monate. Matthias hat betont, wie wichtig die Zusammenarbeit natürlich zwischen dir und dem Trainer, aber auch zwischen dir und André in diesem Gespann ist. Wie können wir uns das im Alltag vorstellen? Also wird er im Nebenbüro sitzen? Tauscht ihr euch jeden Tag aus? Wie arbeitest du? Das ist anfänglich. Wenn er in den Scouting gehen muss, ab und zu geht er in den Spieler schauen. Ich gebe dir meinen Rapport, dann gehe ich. Dann geht Juri Mülder vielleicht auch. Okay, das ist, weißt du, eine, zwei Augen sind vielleicht zu wenig. Dann jeder, wenn wir sie 100% überzeugen, okay, ich kriege den Rapport, wenn jeder, am Ende muss ich sitzen und sage, okay, wer mag das? Und dann schauen wir finanziell, was ist möglich oder nicht möglich. Du hast schon angesprochen, dass du erste Gespräche mit Karel geführt hast, mit unserem Cheftrainer Karel Gerrards. Hast wahrscheinlich auch ein paar Spiele dir angeschaut, zum Ende der Hinrunde. Was ist dein Eindruck von ihm persönlich und von dem Fußball, den er spielen lässt? Also Karel kenne ich persönlich nicht. Ich habe den ersten Mal mit ihm gesprochen. Aber ich habe seinen Parcours gesehen in Belgien. Bei Union Saint-Gilois, das war hervorragend, die Leistung, die er hat gebracht. Ich kann mir vorstellen, das war nicht einfach für ihn, nach hier zu kommen. Weißt du, das ist eine neue, er kennt die Bundesliga nicht, die zweite Liga, eine neue Sprache, alles, das ist nicht einfach für einen Trainer. Aber ich finde, er ist richtig überragend. In diesen Momenten, die drei letzten Spiele, haben wir sieben Punkte genommen. Perfekt, er hat sein System auch gewechselt. Und er hat gesagt, er ist intelligent, er passt sich an die Spieler. Okay, wir brauchen kein System, wir brauchen nur die Beste. Was haben wir für Qualität? Und dann, wir müssen das beste System entscheiden, die passt mit jedem Spieler. Und das hat er sehr gut gemacht. Marc, du hast davon gesprochen, dass du den Trainer unterstützen möchtest. Wie können wir uns das in der Praxis vorstellen? Wie kannst du dem Trainer helfen in seiner täglichen Arbeit? Ja, in der Praxis muss ich sehen, wenn Karel zufrieden ist, er ist gekommen mit seinem Co-Trainer. Dann natürlich, er hat einen Staff, dann hast du die medische Staff, dann hast du die Logistik, dann hast du die Presse. Ist er zufrieden, ist er nicht zufrieden? Was möchte er gerne verbessern? Und das und das und das. Und das kann ich natürlich ihm helfen, wenn ein Trainer ganz alleine da ist, das kann er nicht. Er hat so viel zu tun mit seinen Spielern, auch mit den Medien. Ich probiere, seine Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Du hast einen langfristigen Vertrag auf Schalke unterschrieben, über mehrere Jahre. Was willst du mit dem Klub in dieser Zeit erreichen? Ich denke schon, wenn wir jetzt den Verein stabilisieren können. Das große Ziel, das ist der Aufschicht zu machen. Aber das ist ein Wort. Jetzt müssen wir, wenn wir schauen, wo wir sind in der Tabelle, wir müssen auch wach sein, um zu sagen, hey, aufpassen. Erst so schnell wie möglich, wenn die rote Zone, dann können wir ein bisschen ruhig arbeiten, ohne Druck. Und dann die neue Saison vorbereiten. Das ist das Wichtigste. Und das machen wir eine Analyse nach den zwei, drei Monaten. Wer hat gut geleistet, wie lange hat er noch Kontrakte und bla 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 und so fort. Und dann schauen wir jetzt schon, was können wir verbessern. Am Freitag, am 5. Januar geht es für dich ins Trainingslager. Da wirst du erste Eindrücke dann auch am Rasen und vor Ort in den Gesprächen mit Spielern sammeln können. Wie sehr freust du dich darauf, dass es dann richtig losgeht? Ich hoffe, dass ich keine Angst vor mir kriege. Nein, nein. Nein, aber ich denke, dass es muss Deutlichkeit haben. Man muss wissen, warum bin ich gekommen, was will ich, was ich erwarte, wann jeder. Und dann ziehen wir weiter. Dann schauen wir weiter. Mein Büro steht immer offen. Ich habe immer für ein offen Gespräch. Hast du ein Problem, kommst du rein. Die Tür muss immer offen sein. Okay, ich muss alles spüren. Ich muss keine Angst haben. Wenn du gut im Kopf bist, bist du gut im Kopf, hast du gute Leistung. Wenn du etwas in die Maage bist, dann musst du raus. Okay. Und ich habe viel gelernt von Rudi. Sehr viel. Das ist meine ganze Historie, weißt du. Du lernst immer. Und die Spieler müssen auch selbstbewusst sein, was Schalke 04 ist. Vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute. Gerne. Und ein glückliches Händchen. Danke. Dankeschön.